Am 27.06.2013 eröffnete Pleines Fashion Optik als erstes Geschäft im neuen Kökeré im Mettmann seine Pforten. Begleiten Sie uns bei einem Rundgang. Herr Pleines gibt uns einen Einblick in sein Unternehmen in Mettmann. Leines Fashion Optik, 27 Jahre in Mettmann. Wir sind heute umgezogen in unsere neuen Räumlichkeiten hier im Königshof 24. Wir haben jetzt die Hörakustik dazu bekommen und denke mal, dass wir mit diesem neuen großen 200 Quadratmeter großen Laden ein sehr schönes Ambiente zeigen können. Und eine große Auswahl von 1000 Brillen und Sonnenbrillen zeigen können, sowie Kontaktlinsen und eben auch die Hörakustik ganz neu hier bei Pleines Fashion Optik in Mettmann. Hier wird mit modernsten Geräten die Sehschärfe ermittelt. Einen Eindruck über das Pleines Audiozentro gibt uns Frau Christiane Becker-Artig. Also hier befinden wir uns bei Pleines Hörakustik in unserem Audiozentro. Das ist der Hörerlebnisraum. Wir können hier Hörgeräte anpassen und dem Kunden alles auf unserem großen Bildschirm zeigen, was wir machen. Wir können zum Beispiel lebensnahe Situationen, Vogelstimmen, Stimmen im Wald, das kann auch der Besuch beim Schützenfest, den können wir hier auf unserem großen Bildschirm simulieren. Der Kunde kann dann direkt mit seinen neu von uns angepassten Hörgeräten hören und erleben. Und dann können wir Feineinstellungen vornehmen, sodass am Ende die Hörgeräte optimal auf den Kunden zugeschnitten sind. Augenoptikermeister Herr Ungnath mit Team wird Sie hier beraten und betreuen und freuen sich auf Ihren Besuch.